Einen schönen guten Morgen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Es ist ja schon eine Weile her. Ich weiß nicht genau, wann es das letzte Mal da war. Ich möchte mich erst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Laki Kokinis. Das hört man vielleicht am Namen. Also mein richtiger Name ist eigentlich Vasili. Und Laki, L-A-K-I, ist eigentlich so ein Spitzname von mir. Und ich bin verheiratet seit 26 Jahren. Habe zwei Kinder. Sophia, die ist jetzt 21, studiert in Ludwigsburg. Und unser Sohn Elias, der wird jetzt diese Woche 17. Der macht eine Ausbildung bei der Bank. Und ja, ich war von 1998 bis 2001 war ich hier in dieser Gemeinde tätig, weil meine Frau, die hatte gearbeitet als Lehrerin. In Burladingen, also nicht in Sigmaringen, sondern in Burladingen. Genau. Und so kam ich hier in diese Gemeinde hinein. Und daher kenne ich auch ein paar Gesichter. Aber es ist auch schön, ein paar neue Gesichter zu sehen. Und ja, ich bin Pastor in der Freien Christgemeinde Foyer in Friedrichshafen. Ich glaube, letzte Woche war der Jürgen da, so wie ich es im Kopf habe. Der kommt ja aus Friedrichshafen. Ja, habe eine Stunde jetzt Anfahrt gehabt, bin jetzt hier. Und ich denke, wir nutzen die Zeit, steigen gleich ein in diese Gedanken, die mir heute Morgen wichtig sind, euch weiterzugeben. Ich habe heute Morgen ein Thema und zwar, was zählt bei Gott? Ulrike, wir zwei machen das heute, wir rocken das heute Morgen. Genau, also was zählt bei Gott? Das ist die erste Folie. Das ist so eine Frage, die einfach hinein... Ne, das ist jetzt ein Bibelfers. Was zählt bei Gott? Genau. Das ist die erste Folie. Ne, hast du wahrscheinlich ein bisschen durcheinander, gell? Ja, okay. Ich möchte einsteigen mit dieser Frage, was zählt bei Gott? Das ist ja so eine Frage, was zählt denn bei ihm? Was ist denn das, was letztendlich Bestand hat vor ihm? Was ist das, was, wenn unser Leben mal zu Ende ist, was ist das, was uns bewegt? Das ist das, was bei Gott zählt? Und bevor ich uns hineinnehmen möchte in diese Frage, was zählt bei Gott, möchte ich erstmal uns hineinnehmen, was zählt denn in unserer Gesellschaft? Wir leben in einer Gesellschaft, tagtäglich haben mit unserer Gesellschaft zu tun, tagtäglich mit all diesen Einflüssen dieser Welt. Was zählt denn in unserer Gesellschaft? Und ich denke, wir leben in einer starken Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft. Ich meine, ich bin jetzt nicht dagegen, ja, dass man auch was leistet, dass man etwas hervorbringt, dass man irgendwie erfolgreich ist in seinem persönlichen Leben. Hey, das ist gut. Aber die Frage an der Stelle ist, was zählt wirklich, was gibt uns Wert in unserem persönlichen Leben? Ich weiß nicht genau, ob ihr solche Gesellschaftsspiele spielt. Kennt ihr sicherlich Monopoly. Ich weiß nicht genau, ob ihr Monopoly kennt. Ich meine, was zählt denn bei Monopoly? Zählt da der Freundlichste? Zählt da der Gütigste? Zählt da der Geduldigste? Nein, da zählt nicht der, der so freundlich war, sondern wer hat das Monopol? Wer hat die teuerste Straße gekauft? Wer hat die meisten Hotels gebaut? Und wer hat am Schluss die komplette Macht? Das zählt ja schon bei vielen Gesellschaftsspielen. Ihr habt vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr das spielt könnt, Risiko. Ja, genau. Da kommen schon die Männer hervor. Ihr habt das mal gespielt, letztes Jahr auf einer Hütte. Wir waren mit ein paar Männern unterwegs. Nee, das war dieses Jahr. Dieses Jahr auf so einer Hütte waren wir mit ein paar Männern unterwegs. Und da haben wir Risiko gespielt. Das ist so ein Strategiespiel. Da geht es um Länder einnehmen. Und das ist echt interessant. Genau, Petra, die schüttelt den Kopf. Das kann nichts damit anfangen. Das ist eher ein Männerspiel. Genau. Und es ist interessant, dass wie, also ganz nette Männer, freundlich, aber wenn man dieses Spiel spielt, dann verwandeln sich Männer wie so ein Monster. Also es ist echt interessant, plötzlich werden die aggressiv und das ist interessant. Warum? Es zählt nur eine Sache. Hey, wer erfüllt den Auftrag? Wer nimmt die Regentschaft dieser Welt ein? Also es ist auch interessant, was zählt? Ich meine, wir kennen Sie auch von der Schule. Was zählt da? Es gibt ja auch ein paar Lehrer, ich glaube, unter euch. Wer ist Lehrer? Ja, es sind zwei, oh, mehrere. Ja, Thomas ist auch Lehrer. Du bist Musiklehrer, glaube ich. Immer noch, genau. Also meine Frau ist auch Lehrerin. Ich meine, liebe Kinder, liebe Jugendliche, die jetzt im Livestream oder sonst irgendwo schauen, also gebt euer Bestes. Und doch ist es so, da zählt natürlich auch die Note. Ich denke, manchmal komme ich mit einem lachenden Gesicht nach Hause, manchmal mit Bauchschmerzen, so ging es mir sehr oft. Da war ich jetzt nicht so gerade der Held. Ich habe mein Bestes gegeben, laut meiner Meinung. Aber da zählen ja auch letztendlich nur die Noten. Meine Frau und ich, wir haben oft Gäste bei uns zu Hause und wir hatten mal Gäste aus Schottland. Die haben sich angemeldet, dass sie uns besuchen wollen und wir kannten sie nicht. Das war ein älteres Ehepaar. Und ja, und die kamen an, ich war nicht zu Hause, meine Frau hat sie empfangen, ein älteres Ehepaar. Und ich war noch im Gemeindehaus, im Büro und fuhr mit dem Fahrrad dann nach Hause und bog in so meine Straße rein, da wo wir wohnen. Und plötzlich kam mein Nachbar entgegen und sagt, hey Lucky, was ist denn, Moment mal, das darfst du nicht zeigen. Das ist eine Überraschung, Ulrike. Das ist eine Überraschung. Genau, bleib mal. Ich sagte dann schon, ich mache irgendwie so in mir. Auf jeden Fall sagt er, was ist denn los bei euch? Und dann dachte ich, hey, was ist denn da eigentlich los? Was meint denn der eigentlich? Und wie gesagt, dann ging ich so nach Hause und dann kamen schon meine Frauen entgegen und das Ding war tatsächlich, dieses Ehepaar, genau dieses Auto. Jetzt kannst du das Auto mal einblenden. Ja, genau, dieses Auto. Das ist unser Haus und plötzlich stand diese Kiste vor unserem Haus. Das ist ein Ferrari, das würde diejenigen, die es nicht erkennen. Das Ding hat um die 400 bis 500 PS, glaube ich. Da kamen die Kinder angerannt und haben gegoogelt, was kostet dieses Auto und so weiter. Also es war gleich, da war richtig was los bei uns. Und das Ding war, wenn der Besitzer, also dieser Mann, morgens den Motor angemacht hat, ich übertreibe jetzt echt nicht. Das hat tatsächlich so vibriert im Haus. Das stand genau vor uns im Haus und nebendran war unser Passat. Das sieht jetzt nicht auf dem Bild. Und wenn der Ferrari anging, dann ist die Alarmanlage von unserem Passat angegangen, weil es so vibriert hat. Als unwahrscheinlich geschossen und ein guter Freund von mir, der ist nachts dann vorbeigefahren und hat ein Foto gemacht von diesem Auto und hat es mir geschickt. Und dann hat er gesagt, hey Lucky, ich wusste gar nicht, dass du ein Zweitauto hast. Und so war das einfach ein Gespräch in der Straße. Warum? Wegen diesem Auto. Ich weiß nicht genau, fährt jemand ein Fiat Ponto? Okay, stell dir mal vor, dieses ältere Ehepaar wäre mit einem Fiat Ponto gekommen. Ich habe nichts gegen Fiat Ponto, versteht mich nicht falsch. Aber stell dir mal vor. Du schon. Ich nicht. Ich wünsche dir, ich gönne dir so einen Ferrari. Wie ist dein Name? Ja? Wie? Florian. Okay, gönne dir mal. Vielleicht fahrst du auch mal so einen Ferrari. Diana, die schüttelt den Kopf. Okay, jedenfalls angenommen, dieses Ehepaar wäre mit einem Fiat Ponto gekommen. Das hätte niemand interessiert. Niemand. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Nochmal. Ich möchte es ja ausgeglichen euch weitergeben. Ich gönne jedem Erfolg. Ich gönne jedem echt viel Geld und was auch immer wir haben. In unserer Gesellschaft ist es so, was zählt, ist entweder Besitz, gutes Aussehen, erfolgreich zu sein. Das wird tagtäglich durch unsere Gesellschaft irgendwie hineingegeben. Das ist im Unterbewusstsein, ist das in uns drin. Den Ferrari kann ich jetzt mal ausblenden. Dankeschön. Was zählt? Ich meine, das sind so Wertesysteme, in denen wir leben. Und im Alten Testament gab es sie auch schon. Früher zum Beispiel war es etwas Besonderes, wenn man viele Kinder hatte. Es gibt eine Geschichte von zwei Frauen, Lea und Rahel, im Alten Testament. Die waren verheiratet mit Jakob, wäre ein Thema für sich. Mehrere Frauen, kann ich jetzt nicht näher erläutern. Werde ich auch nicht dieses Fass aufmachen, aber es ist interessant, mal darüber nachzudenken, wie das zusammenhängt. Hätte ich auch eine Antwort drauf, gebe ich aber jetzt gerade nicht, weil wir haben ein anderes Thema. Die zwei, die haben konkurriert mit Kindern. Wer zeugt mehr Kinder? Und damals war es ein Status, was besonders, wenn man viele Kinder hatte. Und da merkt man schon, dann war Neid und Streit zwischen den beiden, weil der Status war, wer hat mehr Kinder. Und das war wie so ein Wettbewerb, wie so ein Tennis. Und dann hat die da, also die erste hat dann sowieso viele Kinder und dann hat sie wieder Kinder gebracht. Und das war ein richtiger Wettstreit zwischen den beiden. Und dann sehen wir schon im Alten Testament und es ist eine Sache des Menschen, schon immer gab es irgendwie so Wertesysteme. Und ich möchte uns heute Morgen das Wertesystem eines Königs euch mal aufzeigen. Das Wertesystem eines Königs. Und wir sehen hier in dieser Folie eine Skulptur. Diese Skulptur ist der König Saul. Kurze Vorgeschichte, König Saul, der hatte auch ein starkes, ich sag mal so ein Wertesystem in sich getragen. Und wir sehen auch, dass seine Augen irgendwie so ein schwarzer Balken davor ist. Das ist so ein Symbol. Der hatte irgendetwas, was gesehen, was sein Leben zerstört hat. Das war kurze Vorgeschichte. Das Volk Israel, das hat sich unbedingt einen König gewünscht. Und Gott hat gesagt, hey, ihr braucht eigentlich gar keinen König. Aber wenn ihr es unbedingt wollt, dann gebe ich euch einen. Und der erste König war dann Saul und er hat einen guten Start gehabt. Aber dann kam jemand an seiner Seite und zwar, das war später der zweite König, der hieß David. Und als dieser David am Hofe des Königs war, der war dann dort, da gab es schon ein Problem. Warum? Weil dieser Saul, der trug etwas in sich, der wollte jemand sein. Und meine Frage ist ja heute Morgen, was zählt bei Gott? Er wollte irgendwas Besonderes sein in der Gesellschaft. Und ich möchte euch mal diesen Text lesen, Ulrike. 1. Samuel 16, Vers 7-9 steht folgendes. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Merkt ihr? Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und dann kommt wieder, und Saul, was macht er? Er sah wieder. Und Saul sah neidisch auf David von jedem Tag an und hinfort. Soweit mal der Text. Hier sehen wir in diesem Text, dass David etwas gegeben wurde, was ich gerne der Saul gewünscht hätte. Ich meine, ihr kennt es vielleicht auch so von Konzerten. Das sind ja die Frauen hier, die tanzen. Und die tanzen so. Ihr kennt das vielleicht von so einem Konzerten. Kennt ihr Michael Jackson noch? Also genau, muss ich ja noch fragen heutzutage. Also manchmal, wenn man so Konzerte anschaut von Michael Jackson, also von denjenigen, die ihn sich nicht kennen, das ist ein Sänger. Mittlerweile verstorben. Und da gibt es so Videos, da sind die so Mädels, die sind plötzlich, werden ohnmächtig. Denken, was haben die eigentlich? Aber die kreischen da und die schreien da und so ähnlich, vielleicht nicht so ganz ekstatisch. Und könnt ihr euch vorstellen, so, das war, der David war eigentlich so ein Popstar. Ja, die haben alle gerufen, hey, also der Sau, der ist schon nicht schlecht. Aber der David, der hat vielleicht auch ein Sixpack gehabt, ich weiß es nicht. Sah gut aus, lange blonde Haare, ihr habt keine Ahnung. Muss anscheinend gut ausgesehen haben. Aber der hat Zehntausende erschlagen. Und alle haben ihn hochgelobt. Und der Saul hatte ein Problem damit. Warum? Weil er ein Wertesystem in sich trug. Und das ist immer die Frage, was zählt denn bei Gott? Er hat sich verglichen mit David. Und Saul war abhängig von einem Zuruf oder einer Bestätigung von außen. Er wollte unbedingt von außen bestätigt werden. Er brauchte etwas von außen. Und ich möchte sagen, dieses Wertesystem ist viel, viel tiefer verankert, als wir denken, in uns drin. Viele Streitigkeiten kommen daher. Weil man sie vergleicht. Weil Neid entsteht daraus. Weil man sie gegenseitig dann, ja, weil in dir etwas drin steckt. Du willst da jemand sein. Ich meine, der Saul hätte auch sagen können, hey David, super. Du hast Zehntausende erschlagen. Ich habe Tausend gemeinsam. Wir haben Elftausend. Hey, jetzt rocken wir das Ganze. Wir verteidigen unser Land gemeinsam. Und erobern das Ganze. Ich hätte auch sagen können. Aber das war nicht der Fall. Sondern er sah auf David und wurde neidisch. Und ganz ehrlich, es gibt immer, beim Vergleich, immer einen Besseren als dich. Immer. Es gibt immer jemanden, der besser aussieht als du. Der mehr Gaben hat. Es gibt immer einen, der bessere Kinder vielleicht sogar hat. Vielleicht ein bisschen besser erzogen oder sich besser verhalten. Das ist gerade ein Thema bei uns zu Hause. Es gibt immer jemanden, der hat ein besseres Haus oder einen besseren Beruf. Schönere Haare oder vollere Haare. Michi und ich. Gibt es. Wird es immer geben. Wisst ihr, und so können wir uns ständig, wir vergleichen uns als ständig. Hi Frankie. Schön, dass du da bist. Schönes Hemd hast du an. Sieht toll aus. Ich muss mich fokussieren. Sorry. Wisst ihr, zur damaligen Zeit von Jesus, wisst ihr, wie viele Menschen da gelebt haben? Man sagt, circa 300 Millionen Menschen. Heute gehen wir auf 8 Milliarden zu. Das bedeutet, die Möglichkeit, sich zu vergleichen, ist ja viel, viel größer noch. Und noch was. Durch die ganze Medienwelt, also nochmal, ich bin immer für etwas, was hilft. Aber die Medienwelt, ganz ehrlich, schaut es mal an, wird immer suggeriert, was toll ist. Überall. Ist egal, welche Dinge. Du bist nur jemand, wie gesagt, wer sportlich ist, wer erfolgreich ist, wer etwas hervorbringt. Niemand postet irgendwas, keine Ahnung, schlechte Sachen über sich. Sondern immer, ich bin jemand. Versteht ihr? Und ganz ehrlich, ihr jungen Leute da hinten, die haben viel damit zu kämpfen. Weil gerade in der Phase von jungen Leuten, in dieser Identitätsphase, das schracken die oftmals. Weil sie ständig immer vergleichen und irgendjemand sein wollen. Und dann haben wir die Frage, was zählt bei Gott? Das ist ja die entscheidende Frage. Und es gilt nicht nur jungen Leute, es gilt auch unser ganzes Leben lang. Und wisst ihr, was Neid eigentlich heißt? Ihr möchtet es erklären. Neid bedeutet, ich habe Angst davor, zu kurz zu kommen. Es ist eine Furcht. Ich habe Angst, dass ich nicht gesehen werde. Ich habe Angst, dass ich nicht bewundert werde. Ich habe Angst, dass irgendwas mir weggenommen wird. So wie bei Saul und David. Der Saul hatte Angst. Jetzt wird mir das ansehen, dass ich vorher hatte, mir weggenommen und es bekommt jemand anderes. Ich habe Angst davor, dass ich nicht mehr dieser König sein kann, wie es vorher war. Jetzt kommt da so ein Kerl, so ein Jünger und nimmt mir es weg. Ja, das ist so etwas, was in uns drin steckt. Und Neid frisst auch Dankbarkeit auf. Du bist nicht mehr dankbar für das, was Gott dir gegeben hat, weil es immer fixiert auf noch etwas, noch mehr. Man nimmt nicht mehr das, wie soll man sagen, man nimmt die Dinge für das Selbstverständnis, die man hat und will immer noch ein, zwei mehr Dinge, dann wäre man ja jemand. Wisst ihr, was der größte Prüfstein ist, um zu prüfen, ob du Neid in deinem Herzen hast? Du wirst es prüfen können anhand dessen, kannst du jedem Menschen das gönnen, was er hat. Wenn du das ihm gönnst und dich freust, dann ist kein Neid da. Und jetzt, was soll ich euch erzählen? Am besten erzähle ich immer von mir. Weißt ihr, da kann ja viel reden, ne? Aber lieber erzählt mir mal auch ein bisschen. Wisst ihr, bei mir war es so, ich hatte mal einen richtigen Stress mit jemandem. Wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war Unversöhnlichkeit. Und eigentlich auch Unversöhnlichkeit an der Stelle ging so weit, dass ich dem Kerle nichts mehr gegönnt habe. Und wenn du unversöhnlich bist, weil es war auch so eine Sache, es ging auch darum, wer kommt besser raus, wer macht die Dinge besser. Und der ging mir so auf den Sender. Ich bin ganz ehrlich. Und da war ich so, ich sage bitter nicht, aber echt so, echt ärgerlich. Und jedes Mal, wenn die Maske gelungen ist, das hat gekratzt. Das ist so wie bei Saul. Der David, Zehntausende. Ihr habt bloß Zehnt, ihr habt bloß Tausend. Bis Gott immer einen Prozess mit uns geht. Und er geht einen Prozess mit dir, mit mir, mit uns allen hier. Die Frage schlägt dir auf den Prozess ein. Und Gott hat dann angefangen, auch mein Herz zu prüfen, mein Herz zu formen, bis ich vor kurzem dieser Person wieder begegnet bin. Dann dachte ich, ach du meine Güte. Und ich konnte aber dieser Person begegnen, konnte sie ehren und konnte ihr es gönnen, was sie erreicht hat. Versteht ihr das? Dann ist erst die Versöhnung abgeschlossen. Entscheiden müssen wir. Aber weißt du, dann muss uns Gott helfen in unserem Herzen. Und erst dann ist eigentlich die Versöhnung abgeschlossen, wenn wir uns freuen, wenn der andere es gut geht, wenn wir ihn segnen können, wenn wir Gutes aussprechen können. Und schaut, da sind wir alle unterwegs. Und ist schon interessant. Wir gönnen ja unserem Nachbarn Dinge manchmal nicht. Ich sag mal einfach mal, tun wir uns manchmal schwer. Aber ganz ehrlich, das sind doch irrelevante Fragen, oder? Ob der jetzt einen Ferrari fährt oder nicht. Oder ob der erfolgreich ist oder nicht. Das sind doch irrelevante Fragen. Das sind irrelevant, wenn wir eines Tages für alle Ewigkeit vor unserem Schöpfer Gott stehen. Ist das doch alles wurscht? Ist doch alles egal. Da geht es um mehr. Da geht es um die Ewigkeit. Da geht es darum, dass wir eines Tages bei uns sein werden für alle Ewigkeit. Das ist so irrelevant. Deswegen lasst uns nicht aufhalten mit solchen Blödsinn. Aber so sind wir Menschen, weil es in uns drinsteckt. Ich möchte euch etwas sagen. Und das möchte ich ganz deutlich heute Morgen in dein Herz hinein schreiben. Die Freiheit von diesem Wertesystem, dieser Gesellschaft, kommt von dem Wissen und dem Glauben, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Punkt. Einen Gott haben, dass wir ein Wesen sind, dass wir Geschöpfe Gottes sind, der liebt uns. So wie es Diana gesagt hat. Egal was ist. Das größte Geschenk ist, wenn wir zu ihm kommen und er sagt, hey, ist okay. Komm, wir gehen weiter. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns einfach nur liebt. Und es bleibt. Und es ist seine Kinder. Und es wird bleiben. Die, die Kinder haben, die wissen ja auch, wenn dieses Kind geboren wird, ist es dein Kind. Aber auch wenn es erwachsen ist, ist es dein Kind. Andere Situation und andere Beziehungsebene. Aber es wird dein Kind bleiben. Und so sind wir jetzt seine Kinder. Das Ding ist nur so, dass wir uns oftmals an diese Liebe, die Gott zu uns hat, manchmal daran gewöhnen. Und manchmal uns verloren geht. Heute Morgen wünsche ich, dass die Liebe des Vaters zu euch immer lebendig bleibt. Immer lebendig bleibt. Immer lebendig bleibt. Nicht so ähnlich wie bei einer Badewanne. Wir haben momentan, heute Morgen bin ich hergefahren, also hier ist es ein bisschen kälter, wie bei uns ein bisschen im Süden. Das war schon früher schon so. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, Minusgrade, oder? Albin? Nicht? Null. Wie? Minus eins? Du sagst schon was? Ihr habt schon Plus. Ihr seid ein bisschen... Wo seid ihr? Ihr seid im Süden von Sigma-Ringe. Ah, die ist ja noch höher, gell? Insiko hat Minus eins und ihr seid ja hier Plus eins. Also auf jeden Fall kalt. Das ist das Wichtigste. Für mich ist es echt kalt. Ich liebe die Sonne und... Also ich war dieses Jahr in Griechenland, das ist einfach genial. Und wenn es so kalt ist, das liebt meine Frau, wenn er so heiße Badewanne einlässt, kennt er das sicherlich auch. Es ist richtig kalt draußen, du bist total durchgefroren und dann haben wir so eine Badewanne bei uns zu Hause und er lässt sich das Bade an. Gestern Abend zum Beispiel auch, hat sie gebadet. Und wenn du so heiße Badewanne hast, ist ja folgendes. Du gehst da in die Badewanne, willst du den Fuß reinmachen und du so... Oha! Kennt ihr das? Oha! Und dann gehst du wieder raus. Und dann gehst du nochmal mit dem Fuß rein und dann... Oh, okay. Und dann... Oha! Und irgendwann gehst du runter. Oha! Oha! Und der Schaum ist da. Und dann liegst du ganz in der Badewanne drin. Und das Ding ist, am Anfang spürst du ja noch sehr stark die Hitze. Je länger du drin bist, kann das Wasser kälter werden. Und irgendwann mal akklimatisiert sich das Ganze. Und was möchte ich damit sagen? Wisst ihr, was ich euch wünsche und mir auch wünsche, dass die Liebe des Vaters, die er gezeigt hat durch seinen Sohn Jesus Christus, er hat alles gegeben, dieser Jesus. Unser Vater im Himmel hat seinen Sohn geopfert. Dass das etwas wird in deinem Herzen, in meinem Herzen, in unserem Herzen immer lebendig. Dass etwas ist, was wir tragen in uns. Dass wir da reingehen wie in den Badewanne. Oha! Dass es irgendwie mal sich normalisiert. Sondern dass wir, dass es lebendig in uns bleibt. Und dass es nie aufhört. Gestern hatte ich eine Feier, eine Abschlussfeier von, ich weiß nicht, wenn ihr den kennt, Dominik Betzighofer. Wer kennt ihn noch? Es sind ein paar da. Der hat gestern eine Abschlussfeier. Der wohnt ja in Fritteshafen, ist bei uns in der Gemeinde. Und der geht jetzt mit seiner Familie nach Amerika. Er war mit vielen Leuten im Gespräch. Und ich habe zu einer Person gesagt, die leider den Glauben irgendwie verloren hat. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, weißt du, es ist wichtig, dass wir diese lebendigen Glauben, diese Liebe des Vaters nicht verlieren. Weil das trägt uns durch. Durch alle Phasen des Lebens. Und schaut, wenn ich euch fragen würde, da würde jeder etwas erzählen. Jeder. Irgendein Leid, irgendeine Herausforderung, irgendetwas. Aber trotzdem zu wissen, ich habe einen Vater im Himmel, der mich einfach nur liebt. Und je älter man wird, desto mehr erkennt man Folgendes. Wisst ihr, was letztendlich zählt im Leben? Was zählt bei Gott? Das ist ja die Frage, mit der wir uns befassen heute Morgen. Immer wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann sagen die immer, eigentlich, wenn ich mein Leben so betrachte, um was geht es eigentlich? Es geht darum, Beziehung zu leben. Unterhalte ich mal mit Leuten, die sehr erfolgreich sind und vielleicht viel Zeit investiert haben. Die sagen nicht, oh, hätte ich bloß noch mal eine Firma gegründet und hätte bloß noch das und das. Könnte natürlich sein, dass solche Leute denken. Aber in der Regel, in der Regel sagen sie, hätte ich doch mehr in Beziehung investiert. Warum ist das so? Weil wir so von Gott gemacht sind. Unser Gott ist ein Beziehungsgott, ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die sind so in sich, in der Beziehung und das liegt in uns drin. Und was stresst uns denn am meisten? Beziehungsstress. Nichts anderes. Also wenn ich, du kannst, was ich sehe, auf meinem Tisch könnte man Shovlaki und Girish und Tzatziki und das beste Essen auf dem Tisch haben. Moussaka und was im Griechischen Land alles gibt, das liebe ich. Kennt ihr das nicht, oder? Aber, ich habe das schon mal erlebt mit meiner Frau. Das beste Essen auf dem Tisch. Candlelight Dinner. Voll Stress gehabt mit ihr. Volle Kanne. Zwar an Silvestern. Das Essen, das kannst du vergessen. Das bleibt dir im Magen hängen. Feuerwerk, vergiss es. Es geht nur um Beziehung. Und Beziehung, Ulrike, Beziehungen haben kein Punktesystem. Nochmal. Beziehungen haben kein Punktesystem. Wenn ihr euch das Bild anschaut, das sind so Kids, die da spielen um etwas. Aber letztendlich bei Beziehungen geht es nicht um ein Punktesystem. Was damit sagen möchte, ist folgendes. Wenn wir jetzt auf Jesus schauen, als Jesus auf diese Erde kam, was war denn seine Entscheidung? Warum kam er denn auf die Erde? Warum denn? Wisst ihr, Jesus war da oben im Himmel und hat gesagt, naja, das muss ich mir jetzt schon gut überlegen. Ihr seid ja auch Schwaben, gell? Schon Schwäbisch, gell? Okay, danke. Ah, das muss man schon überlegen, der Hanna. Ob ich jetzt da runtergehe. Jetzt muss der Michi sich erstmal ein bisschen anständig benehmen, dann komme ich vielleicht. Und das war ja Chaos auf der Welt. Ist bis heute Chaos. War das der Beschluss von Jesus? Aber warum hat er denn sich entschieden, runterzukommen? Warum? Weil er uns liebt. Punkt. Deswegen kam er. Weil er den Menschen liebt und das ist kein Punktesystem. Bei Gott ist es jetzt so, wo er sagt, jetzt muss er schon mal gucken und so. Das ist das, was den Menschen am meisten verändert. Es ist seine Liebe zu uns. Und jetzt möchte ich einen Text gleich lesen aus dem Philippabrief, 2. Kapitel, Vers 3 bis 11. Bevor ich darauf eingehe, auf diesen Text, wisst ihr, wenn wir Jesus so anschauen, dann werden wir verändert. Saul hat, Saul hat auf das Äußere geschaut, hat das Äußere geschaut, auf das, was die Leute sagen, auf das, was sie, er bekommt Ehre. Aber er sagt er eins, wenn du auf Jesus schaust, wie er gelebt hat, wird es dein Herz so innerlich berührt, dann bist du unabhängig von den Umständen, unabhängig von dem, was die Leute sagen. Aber das können wir nur leben, wenn wir auf ihn schauen, wie er ist. Und jetzt werde ich einen Text lesen und oftmals, bei mir in der Gemeinde ist es so, da sagen die Leute immer, wir brauchen Schwarzbrot, wir brauchen gute Lehre. Und das ist ja richtig, ich bin ja nicht dagegen. Aber ich sage ganz ehrlich was, unser Problem ist nicht Wissensmangel. Ich finde es richtig, dass man Dinge erklärt, gar keine Frage. Und es ist faszinierend, wenn Leute so was lehren und erklären können. Aber wir haben keinen Wissensmangel, sondern Anwendungsmangel. Das ist es eher. Wir können viel wissen, aber wir brauchen Anwendung. Und es geht nur, wenn du auf Jesus schaust. Wenn du nicht auf ihn schaust, dann versuchst du mit einer Kraft, dann kommst du schnell an Grenzen. Aber wenn du auf Jesus schaust, nicht wie bei Saul, sondern du selber auf Jesus schaust, wie er ist, was für ein Gott wir haben, wird das dein Herz so berühren, dass dein Herz schmilzt, eine Badewanne, ha 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 ha, und plötzlich du Dinge tust, wie bei mir, wo einfach jemand vergeben kann, wo einfach er mir mein Herz heilt. Es ist mir schnutzegal, was Leute denken. Wichtig ist, was Gott über mich denkt. Oder wie du als Kind so durchlaufen kannst. kannst. Und jetzt möchte ich diesen Text lesen. Übrigens ist es unser Trautext. Ist mir erst aufgefallen. Philippa 2, Vers 3 bis 11. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Was heißt denn das überhaupt? Selbstsucht bedeutet, wo es nur um dich geht. Eitelkeit, ich will, dass alle mich bewundern, dass ich, oh, toll und so, Sixpack und so weiter, wisst ihr, was ich meine? Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Ihr Brutal. Saul, achte dein Bruder David. Wisst ihr, wo das hier lebendig wird, wenn jemand Dinge besser tut als du, an die vorbeizieht und ihn dann segnen kannst. Das ist achten. Für jeden dankbar sein, der irgendwo was reingibt in die Gemeinde oder was auch immer. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch als anderen Vorteil heißt, hey, da geht es nicht um mich und da geht es um sein Reich, aber das geht gar nicht. Ich kann es gar nicht, weil ich ein Mensch bin. Wie gelingt es uns, wenn du nur auf Jesus schaust? Habt, und jetzt kommt es, jetzt müsst ihr genau zuhören, habt im Umgang miteinander stets vor Augen. Schaut mal auf Jesus. Stets vor Augen. Was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und jetzt kommt es. Er war in allem Gott gleich. und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Also er hat es festgehalten an seiner Ehre und seiner Stellung. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Slaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott, das muss man mir vorstellen, erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrecher tot am Kreuz. Und jetzt kommt dieser Text, darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle steht. Jetzt kommt dieser Text, den in unserer Regierung verhüllen möchte übrigens. In Berlin. Berlin ist, glaube ich. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr und so wird Gott, der Vater, geerzt. Halleluja. Schön, das ist toll, dass man auch Amen sagt an der Stelle. Warum sollen sich eines Tages alle Knie vor ihm beugen? Warum? Ich sage euch warum. Wisst ihr, warum ich meine Knie vor ihm beuge? Weil ich keinen anderen kenne, keinen anderen Gott kenne, der seine Liebe so stark gezeigt hat, auf dieser Welt. Ich beuge nicht meine Knie vor ihm, weil es ein Tyrann ist. Unser Gott ist kein Tyrann. Ist keiner, der so macht. Jetzt küsst mal den Ring hier und unterdrückt uns. Sondern ich knie meine Beuge vor ihm, weil er mich liebt. Weil er alles gegeben hat. Weil er vom Himmel runter kam. Und es war kein Raub für ihn. Er hat auf diese Erde geschaut und hat gesagt, geh da runter. Für dich, für mich. Und das meine ich damit, wenn du auf Jesus schaust und verstehst, was es bedeutet, dass dir alle deine Sünden vergibt, dass er sich gerecht gemacht hat, dass er sich frei gemacht hat, dass du ein Kind sein darfst, dann berührt es dein Herz und dann macht das was mit dir. Und das ist nicht nur ein Meißen, das brauchst immer wieder, diese lebendige Begegnung mit ihm. Es gibt für mich keinen größeren Leiter als Jesus auf dieser Erde. Niemand. Keiner. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, die Fußwaschung und Rücke. Dieses Bild kennt ihr sicherlich, die Geschichte kennt ihr sicherlich. Und in der Vorgeschichte, einige Kapitel davor, gibt es eine Diskussion zwischen den Jüngern, beziehungsweise es geht darum, wurde gefragt, Jesus können meine Söhne zu Rechten von dir dann sitzen, regieren mit dir? Oder die Frage, wer wird der Größte sein im Reichen Gottes? Das ist so in uns drin, wir wollen jemand sein, das steckt in uns drin, steckt ein dir und mir drin, ich will jemand sein, zu Rechte, so, machst du ein Foto von mir? Kein Problem, mach ruhig, kannst machen. Und dann sagt Jesus, später ist er mit seinen Jüngern zusammen und dann war es so, damals hatten die immer so dreckige Füße, die haben ja keine Schuhe, so wie du, nie, die haben Sandalen gehabt und da gab es die Straßen, die waren nicht so wie heute, so betoniert und alles schön sauber, deutsche Ordentlichkeit, sondern da war der ganze Dreck auf der Straße und vielleicht auch Kot und Masih, gab es eigentlich dieses System nicht wie heute und da liefen die mit ihren Füßen da und die waren dreckig und beim Essen saßen die nicht, sondern die lagen. Das heißt, du konntest schon deinen Fuß vom anderen hier ungefähr haben, beim Essen. Und je nachdem, wie die Füße waren, und ihr kennt es, jetzt geht gerade ein Kopfkino bei mir durch, es gibt ja so wirklich, es gibt ja so Stinkefüße. Stinkefüße. Stehen wir vor, du hast deinen Chicken Wings da, du riechst nebeneinander die Stinkefüße. Das ist schwierig, es passt nicht zusammen, es geht nicht. Da hilft sogar Tzatziki nicht dagegen. Und es war damals so Sitte, bevor sie gegessen haben, dass man die Füße wäscht. Das war so. Als war da hier niemand. Das waren oftmals Sklaven, die haben es gemacht. Und dann nimmt Jesus, unser Jesus, unser Jesus, nimmt die Schürze und fängt an, die Füße der Jünger zu waschen. Und dann sagt er, wer der Größte sein möchte im Reich Gottes, der soll euer aller Diener sein. Und ich frage mich heute manchmal, wo ist ein Volk, wo ihm dient, aus dem Herzen raus. Wir kommen manchmal an unsere Grenzen, weil wir manchmal unsere eigene Ehre wollen. Aber ein Volk, ihm dient, wo es nicht um uns geht, sondern weil Gott unser Herz so berührt hat und wir aus dem heraus dienen. Und es gibt noch zum Abschluss dann, es gibt in dem Buch, in der Bibel die Offenbarung. Habt ihr sicherlich schon gelesen, der eine oder andere. Ich meine gar nicht so einfach zu verstehen. Aber es gibt so sieben Briefe an sieben Gemeinden. und das ist die Rede, was ist gut, was ist nicht so gut. Eine Frage habe ich mal an dich, wie würdest du die Gemeinde bewerten? Wir können jetzt viel erzählen von uns als Gemeinde. Deswegen bin ich ja nicht hier. Bei uns gibt es dann immer so, heute war es sorry Senior, wenn ich das kurz anspreche. Das geht ja nicht für euch. Ach, heute war es jetzt so mit dem Lobpreis. Weil im Bistro du hast schon ganz lange warten müssen auf den Kaffee. Du hast gesehen, wie die aussieht. Die Eider. Die Predigt heute, naja, war ein bisschen langweilig. So bewerten wir draußen. Wisst ihr, wie Jesus bewertet? Der sieht in dein Herz rein. Der sieht in dein Herz rein. Dein Herz. Dein Herz. Der sieht rein und sieht, hey, da ist jemand, da gibt es ein Bestes und der ist treu. Da ist jemand, der tut es aus Liebe. Da ist jemand, der macht das, was er kann und ehrt das Reich Gottes damit. Und ich möchte euch ermutigen, haltet eure Gaben nicht zurück. Jeder auf seine Art und auf seine Ressourcen, gar keine Frage. Aber ich spüre in meinem Geist, dass Leute da und vielleicht auch später, die das mal später mal anschauen, die was zurückhalten. Aber wenn du es einsetzt, dann setze es als eine diente Haltung ein, weil Jesus sein Herz berührt hat. Und halt es nicht zurück, sondern gib es rein. Und so war es auch bei den Jüngern, die waren ja verändert und haben Jesus gedient. Petrus hat zuerst mit einer Kraft versucht zu dienen, wo Jesus ihm begegnet und ihn sein Herz berührt. Plötzlich kam ein Change. Ich Ende. Thomas, wenn es geht, können wir schon mal ein bisschen einsteigen hier. Ich ende mit einem Text aus Kolosserbrief, 4. Kapitel Vers 17. Danke, Ulrike, das hast du super gemacht. Das sind auch so Dinge, man nimmt Dinge für selbstverständlich, dass da jemand sitzt und die Folie macht, die Techniker, die haben auch ein schweres Los, kennen es von uns, die müssen immer viel schützen. in Kolosser 4, Vers 17 steht und sagt Archippus, erfüll den Dienst, den dir der Herr gegeben hat, treu und gewissenhaft. Meine Ausgangsfrage, was zählt denn? Was zählt bei Gott? Zählt bei ihm nur, dass wir alles perfekt machen und dass wir alles was darstellen, so wie in unserer Gesellschaft? Nee. Bei Gott zählt da, wo du von seiner Liebe erfasst bist. Da ist das ein Herz berührt und dann sagst, ich will das durch mein Leben, das Reich Gottes ausbreiten. und wisst ihr, beim Reich Gottes ist es so, da geht es nicht um deine Ehre, da geht es um Gottes Ehre, weil er alles gegeben hat. Und dann kann es sein, Leute machen Dinge besser als du, dann sagst du, dann ergänze ich. Aber ich bin da mit einem dienen Herzen und ich wünsche euch als FCG Sigmaring, dass lauter so treue, hingegebene Diener sind, nicht die eigene Ehre suchen, sondern sagen, Jesus, hier bin ich, verändere mich. Ich möchte auf dich schauen, Jesus. Wir wollen nicht so sein wie Saul. Saul hat ein schweres Ende, hatte er, weil er eigene will gegangen ist. Ich würde gerne beten mit uns. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns an die Hand nimmt. Ich danke dir, Jesus, dass du, als du aufgefahren bist im Himmel, dass du gesagt hast, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du gegenwärtig bist. Ich möchte bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jeden da abholst, wo er steht. Meine erste Frage heute Morgen ist an jemanden vielleicht unter uns. Ist jemand vielleicht da heute Morgen, der Jesus nicht kennt? Kann ja sein, ich weiß nicht. wo du einfach sagst, irgendwie bin ich heute Morgen da, ich kenne ihn aber noch gar nicht. Und vielleicht möchte ich ihn heute Morgen einladen. Er möchte in dein Leben hineinkommen. Jesus Christus, der am Kreuz starb vor deine Schuld, der begraben wurde, nach drei Tagen ist er aufgestanden, und die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, der geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch nicht oder bin auf dem Weg, aber heute möchte ich eine klare Entscheidung treffen? Dann hebt man kurz die Hand, der würde gerne für dich beten. Ist jemand da, der Jesus nicht kennt und will heute ihn aufnehmen? Ist jemand da? Für mich immer wichtig, dass ich das Angebot immer mache. Man weiß nie, wer da ist. Und wenn vielleicht du da bist und vielleicht auch ganz am Anfang bist oder noch nicht genau weißt, dann nimm das einfach mit. Ich möchte beten. Jesus betet für diese Gemeinde, dass Menschen zum lebendigen Glauben finden. Spür, dass da was geschehen soll, in der nächsten Zeit. Ich bete Jesus, dass du auch diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, dass der hier lebendig wird und dass wir Menschen mit dir in Verbindung bringen. Das bete ich für die Zukunft. Jetzt kannst du mal Folgendes machen. Jetzt kannst du mal mit deinem Jesus reden. Was zählt? Was für ein wertes System hast du in deinem Herzen? Freust dich an dem anderen? Dienst du mit deinen Gaben und Fähigkeiten? Er spricht hier, erfüll den Dienst, den dir der hergegeben hat, treu und gewissenhaft. Wir haben vielleicht keine Belohnung hier auf Erden. Wir bekommen vielleicht deswegen kein Ferienhaus in Griechenland oder was er sieht. Die Belohnung ist bei Jesus selber. Er sagt, du treuer Knecht, du warst treu und gewissenhaft. Und dieser Archibus, der hat irgendwo das verloren, ich weiß oder hast keine Lust mehr, dann geh zu Jesus, das dein Herz berührt, dass wir auf ihn schauen. So segne jetzt jeden Einzelnen hier. Herr, ich bete, dass die Gemeinde eine liebende Gemeinde wird. Eine Gemeinde, die wirklich dir dient und dich ehrt, dich groß macht. Ich segne jeden Einzelnen. Heilige Geist, fall du jetzt. Geh durch die Reihen, verbinde du die Herzen. Herr, dass Ergänzung hier stattfindet. Heil du, stell du wieder her. Herr, dass wir uns gegenseitig ehren und achten, uns lieben. Damit segne ich diese Gemeinde. Lass uns jetzt noch ein Lied gemeinsam singen.